Alles auf Anfang. Nach nicht einmal fünf Tagen ist der ehemalige CEO von OpenAI wieder zurück in seinen Posten. Nachdem Sam Altman überraschenderweise letzten Freitag vom Vorstand gefeuert wurde und die Ereignisse sich in den darauffolgenden Tagen überschlugen, ist jetzt scheinbar wieder alles beim Alten und die Firma hinter JetGPT hat Altman wieder. Montagmorgen sah das alles noch ganz anders aus. Microsoft-Chef Satya Nadella hat bekannt gegeben, dass die zwei prominentesten Gesichter hinter JetGPT, Sam Altman und Greg Brockman, geschlossen zu Microsoft wechseln und dort eine KI-Abteilung leiten werden. Microsoft ist ja der größte Investor von OpenAI und hat dementsprechend ein großes Interesse am Erfolg der KI. Deshalb war der Konflikt zwischen Altman und dem Vorstand vermutlich auch sehr schnell geklärt. Was genau vorgefallen ist, wissen nur die Beteiligten selbst und wir möchten uns hier auch nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Es ist jedoch klar, dass das Team von JetGPT geschlossen hinter ihren Gründern steht und dies wurde auch deutlich, als nahezu alle Mitarbeitenden ungefähr 700 von 770 angekündigt hatten, den beiden zu Microsoft folgen zu wollen, sollten sie tatsächlich die Firma verlassen. OpenAI wurde vor einiger Zeit mit einem Wert von knapp 82 Milliarden bewertet und in dieser Größenordnung 90 Prozent der Belegschaft zu verlieren, wäre ein Super-GAU, an dem natürlich auch kein Investor Interesse hätte. Deshalb mag es an sich etwas irritierend sein, dass trotz der Ankündigung von Microsoft die beiden Gründer jetzt doch bei OpenAI bleiben. Aber langfristig macht es Sinn für das Unternehmen, indem sie diesen enormen Rückhalt innerhalb der Mitarbeitenden genießen. Viele haben in der Geschichte auch Parallelen zur Situation von Steve Jobs gesehen. Der wurde ja auch damals von Apple gefeuert, um dann nach einigen Jahren zurückzukehren. Altman hat diese Geschichte jetzt nachgespielt und das in beachtlichen fünf Tagen. Eine ganz schöne Leistung und man kann davon ausgehen, dass seine Stellung innerhalb der Firma jetzt bis auf weiteres unantastbar sein wird. Aber was bedeutet dieses Drama für uns als Nutzer? Als die Meldung Freitagnachmittag erschien, gab es eine extreme Verunsicherung innerhalb der Community. Und besonders Entwickler, die sich bei ihren Produkten auf GPT und deren API verlassen, waren geschockt. Schließlich kann ein Unternehmen, das 90 Prozent seiner Arbeitskraft zu verlieren droht, kein zuverlässiger Partner für die Zukunft sein. Deshalb hatten bereits am Wochenende einige von ihnen angekündigt, die Entwicklung von GPT-basierten Produkten zu pausieren. Ich bin mir zwar sicher, dass der Großteil jetzt erst einmal einige Tage oder sogar Wochen abwarten wird, ob es das jetzt wirklich endgültig war, aber dann kann man davon ausgehen, dass die Entwicklung dieser Projekte weitergehen wird. Für uns als Nutzer heißt das, dass wir uns, allem Anschein nach, darauf verlassen können, JetGPT auch in der Zukunft verwenden zu können. Und das freut uns natürlich auch persönlich. Nicht nur, weil wir Videos zum Thema machen, sondern einfach auch, weil die Innovationen, die von diesem Unternehmen in den letzten zwölf Monaten ausgegangen sind, für die gesamte Branche extrem wichtig waren. Für euch heißt das jetzt auf jeden Fall, dass ihr euch auch auf weitere spannende Videos freuen und uns natürlich gerne abonnieren könnt, um nichts zu verpassen. Wir halten euch wie immer auf dem neuesten Stand. Und falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und einen netten Kommentar. Morgen geht es dann auch weiter mit unseren regulären Uploads. Mein Name ist Timothy Meixner und wir sehen uns im nächsten Video.